Die Hochschulfamilie stellte dem neuen Präsidenten Prof. Dr. Stefan Gast eine sportliche Aufgabe. Alles zur feierlichen Amtsübergabe sehen Sie jetzt. Das Coburger Hochschulfernsehen wird präsentiert von der HUB Coburg. Die HUB Coburg, Partner der Hochschule. Es kamen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zahlreiche Gäste aus Politik, Verbänden, Wirtschaft und Hochschulen in die Aula am Campus Friedrich-Streib. Hochschulpräsidentin Prof. Dr. Christiane Fritze wurde nach ihrer fünfjährigen Amtszeit feierlich verabschiedet. Sie war übrigens die erste Frau an der Spitze der Hochschule Coburg. Reich beschenkt resümierte sie über ihre Amtszeit. Die letzten zwei Jahre stellten dabei für Lehrende und Studierende eine besondere Herausforderung dar. Durch Corona wurde die Arbeit komplett verändert und die Begegnungen fehlten mit Menschen. Es war wirklich eine sehr, sehr, sehr anstrengende Zeit. Bevor sie sich neuen Aufgaben in München widmet, freut sie sich auf... Also jetzt freue ich mich gleich auf ein Bier und auf die Gäste, die da noch stehen. Und dann freue ich mich darauf, Zeit zu haben, mal ins Fitnessstudio zu gehen, mal mich zu bewegen regelmäßiger, Freunde zu treffen und jetzt die nächsten vier Wochen mindestens mal irgendwo auch das Hirn frei zu blasen, den Kopf frei zu bekommen. Herzlich begrüßt wurde dann der neue Präsident, Prof. Dr. Stefan Gast. Seit rund zwölf Jahren ist er schon an der Hochschule Coburg, zuletzt als Dekan der Fakultät Maschinenbau und Automobiltechnik. Er bringt viel Sportsgeist mit. Das war auch an den Geschenken zu erkennen. Die Hochschulleitung forderte ihn sozusagen zum Startschuss beim Torwandschießen heraus und immerhin ein Treffer. Ich fühle mich als Teamplayer. Das wurde ja auch in der heutigen Veranstaltung des Öfteren erwähnt. Meine Vergangenheit als Fußballer, meine aktuelle Vergangenheit als Tennisspieler. Das sind alles Elemente, die ich an der Stelle jetzt auch mitbringe. Und ich freue mich mit all den Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich ja schon länger in anderer Funktion zusammenarbeite, jetzt die Dinge dann auch wirklich beherzt anzupacken und die Aufgaben anzugehen. Der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume war zum ersten Mal in dieser Funktion in Coburg. Er hatte auch gleich einen guten Rat für den neuen Hochschulpräsidenten. Ich glaube, er muss seinen eigenen Überzeugungen folgen. Und jede Zeit hat ihren Präsidenten und die Hochschule Coburg wird mit Professor Gast da sicherlich auch neue Schwerpunktsetzungen erfahren. Aber immer auf dem Boden dessen, was auch war. Es ist ja eine erfolgreiche Hochschulgeschichte. Gerade sind 50 Jahre gefeiert worden. Und ich bin mir sicher, das Beste, es kommt immer noch. Es liegt immer noch vor uns. Jetzt im Moment hoffe ich einfach auf ein gutes Sommersemester. Ein Sommersemester der Normalität. Und dann, ich habe gerade die Liste der Baumaßnahmen und der Wünsche gesehen. Also da ist viel Potenzial noch vorhanden. Doch bevor die Arbeit losgeht, durfte noch ein wenig gefeiert werden.